Wie lange ist es schon her, als du meintest, du bist immer bei mir? Und das Meersalz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar, ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft Mit dir rumzuschweben, der Abschutz war so schmerzhaft, ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen Guck mir zu, ich füll ab heute alleine meine Brieftasche, was schreibe ich bloß, frag ich mich Diese Wohnung ist so groß ohne dich, alle unsere Wünsche haben wir zerstört Steige wieder in den Tourbus und riech an einem Schirr, mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus ausschläge Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab Was du willst und du weißt, es gibt keine zweite Chance Ich glaub dir kein Wort Keine zweite Chance Ich glaub dir kein Wort Kann man jemand so krass hassen, wie ich dich? Du dachtest, es wird ein Liebessong, ich brech dir dein Genick Du redest von den Chicks, doch sie supporten mich Ich geh einfach Gold, guck mein Erfolg, kein Ende ist in Sicht Bitte sag mir nicht, dass du mich nicht mehr brauchst, Baby Ich kauf dein Auto, deine Ehre und dein Haus, Baby Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe Mach nicht auf cool, wir beide kennen den Chatverlauf, Baby Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreien oder nicht? Wie kann man jemand so krass?